Hallo und willkommen zum vierten Teil meiner Serie Gewinne im Schach und das ist auch das erste Mal wo ich gegen einen von euch spiele, also wo ich nicht gegen einen zufälligen Gegner spiele, sondern gegen einen Zuschauer. Ich will nicht länger reden, viel Spaß beim Video. Okay, also das ist hier die erste Partie gegen einen von euch, gegen einen Zuschauer, gegen den lieben Cliffy08 an dieser Stelle. Hallo, ja freut mich, dass wir hier jetzt gegeneinander spielen. Ich bin sehr, sehr gehypt auf dieses neue Format, bin sehr gespannt, wie das hier läuft und eine kurze wichtige Anmerkung an alle. Ich habe ganz viele Leute erhalten, die mich eben angefragt haben, mich angeschrieben, dass sie gegen mich spielen wollen. Das waren echt ziemlich viele, bin ich sehr froh darüber, dass das so gut angekommen ist bei euch, das freut mich natürlich und ich habe alle erhalten, aber habe noch nicht auf alle geantwortet, weil ich gehe der Reihe nach durch, die, die mich als erstes angefragt haben, die, gegen die spiele ich auch als erstes und ich studiere nebenbei Elektrotechnik, also ich kann quasi nicht in einer Woche oder an einem Tag gegen alle Leute, die mich angefragt haben, spielen, aber ich habe alle auf dem Schirm, also alle kommen irgendwann noch dran, nur müssen sich noch etwas gedulden, aber ich habe alle auf dem Schirm, also ich spiele gegen alle, die mich angefragt haben, aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Partie, das ist ja jetzt das Wichtige. Wir haben hier diese Öffnung auf dem Brett, also das ist, okay, in D4, die Läufer G5, da ist mir jetzt gerade tatsächlich der Name entfallen, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die hieß, aber das gibt es natürlich alles und hier spiele ich immer ganz gerne mit B6, ein sehr solider Aufbau, viele Leute nehmen jetzt hier eigentlich auf D5, also nach B6, dann statt Läufer E2 nehmen hier viele, Springer schlägt, Schlagen hier, Schlagen hier und spielen in so einer Struktur, Läufer E2, auch interessant, was mache ich hier, okay, ich entwickle mich erstmal weiter, die Schlange ist relativ ausgeglichen, würde ich sagen, das heißt ausgeglichen, also gut spielbar für beide Seiten, ich stehe jetzt hier sicherlich auch nicht groß schlechter nach der Eröffnung, es ist jetzt eine interessante Partie, interessante Stellung, die hierbei rauskommen wird, tauschen sich nicht unbedingt allzu viele Figuren hier ab, okay, jetzt schlägt er, genau, und hier ist eine wichtige Faustregel, die man sich wahrscheinlich merken sollte, und mit dem Bauern zu schlagen ist hier gar nicht so gut, weil man hat jetzt dieses B6 gespielt und wenn man diese Struktur mit dem Bauernschlagen spielt, dann ist dieses B6 eine Schwächung eher, weil dann auch so C6-Felder oder so schwächer sind und der Läufer ist nicht so stark hier, man sollte in dieser Struktur dann eher den Bauern auf C6 haben und den auf B7, deshalb ist es hier wichtig, in dieser Struktur schlagen die Leute normalerweise immer mit dem Springer, genau, und dann diese Variante, genau, und jetzt überlege ich mir gerade, also ich bin hier nicht mehr in der Theorie, ich muss euch ehrlich gestehen, was heißt gestehen, also ich stehe jetzt auch schon beim 10. Zug, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wie man hier spielt, jetzt überlege ich gerade, ob ich hier mit dem Bauern oder mit dem Läufer nehme, mal wieder wichtig zu erwähnen, danach analysiere ich die Partie natürlich noch für euch und auch für den Gegner dann, also damit maximal viel, damit ihr maximal viel lernen könnt und ja, schauen wir mal, ob ich hier gleich, also der Gegner ist ja sehr hoch bewertet mit 2021 und 27, ob ich hier gewinne oder ob er hier eine sehr gute Partie spielt und ich gleich gekleppt werde, was ich jetzt natürlich nicht hoffe, aber kann auch passieren, bin gespannt, bin auch sehr gehypt auf dieses Format, hier muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gegen euch spiele, das finde ich schon sehr cool, also sage ich jetzt ganz ehrlich, finde ich auch selbst sehr nice, dass ich jetzt hier gegen euch zu schon spielen kann und so ein bisschen, ja, also es ist ein bisschen interaktiver, ein bisschen näher an euch, deshalb gefällt mir sehr gut, okay, Turm C1, also jetzt kann ich langsam anfangen hier sehr seriös zu überlegen, er droht hier zu nehmen und mein C7 zu nehmen, ich habe zwei Optionen, ich könnte hier einmal C5 spielen, der Zug macht sehr viel Sinn oder sowas wie Turm C5, sicherlich auch Sinn, aber C5 ist sowieso hier mehr oder weniger der Standardzug, würde ich sagen, Widerlegung davon, warum er schlecht sein sollte, das heißt, ich spiele C5. Der Turm, ich lasse ihn erstmal da, vermutlich später gehe ich noch nach C8, aber ja, C5 ist Standard und daher spiele ich das auch mal. Turm D8 ist wahrscheinlich gleich auch noch eine gute Option, um so ein bisschen hier die Dame unter Beschuss zu nehmen, also als nächstes sollte ich mir auf jeden Fall überlegen, wo meine Türme korrekt stehen und ich denke, die Antwort ist ganz klar, der eine auf D8 und der andere auf C8. Okay, ich bin gespannt, wie er das hier spielt, also das ist sicherlich nicht die spannendste aller Zeiten, aber trotzdem sehr gut Spielwürfe beide Seiten. Das könnt ihr ja machen, also könnt ihr auf D5 nehmen, dann ist die Frage, nehm ich Bauern oder Springer? Gar nicht so einfach zu entscheiden, vielleicht Läufer oder Bauer? Wahrscheinlich nehme ich dann mit einem Läufer, weil wenn ich einen Bauer nehme, ist der vielleicht etwas schwächer, könnte ich aber eigentlich auch machen. Bin mir nicht ganz sicher, muss ich mir noch etwas überlegen. Wenn er hier schlägt, ich schlag und er schlägt meinen Bauern, müsste ich wahrscheinlich mit einem Bauern zurücknehmen. Dann habe ich halt diese hängenden Bauern. Ja, könnte man, könnte man bestimmt spielen, muss ich mir etwas überlegen dann. Könnte auch mit einem Läufer nehmen, das wäre dann aber ziemlich remieslich, weil wenn er dann schlägt und ich zurücknehmen würde, dann haben wir diese Situation, wo er hier zwei Bauern hat, ich zwei und er hat hier vier Bauern und in dem Flügel und ich auch vier. Muss ich mir überlegen. Was könnte er noch machen? Ein typischer Zug würde ich sagen, ist jetzt sowas einfach da mit C2, dann ist der Punkt noch D1 und spielt so weiter, aber entscheidet sich für etwas ganz anderes. Interessant, okay. Läufer B5, weiß ich nicht, da bin ich glaube ich jetzt kein so großer Fan von diesem Zug, weil es die Figur einfach zweimal zieht. Also ich sehe auch nicht genau, was der große Mehrwert gerade sein soll. Okay, greift er an, aber ich könnte einfach zum Beispiel Turm D8 spielen und befragen, was er zugebracht hat. Ich könnte auch überlegen, okay, C3 nehmen, nimmt er zurück, dann auf F3 nehmen zum Beispiel, dann auf D4 nehmen und Springer F6, dann habe ich diese Situation. Okay, das ist tatsächlich eine interessante Option, also das muss ich mir etwas genauer anschauen. Springer schlägt C3, okay, er könnte auch mit dem Bauern schlagen, aber sagen wir mal Turm schlägt zurück, dann Läufer schlägt F3, Dame schlägt F3, ich schlage auf D4. Wenn er zurück schlägt, kann ich Springer F6 spielen und spiele gegen diesen klassischen isolierten Bauern, dann mit Turm D8 und so weiter, Dame D6 wahrscheinlich auch noch. Das sieht ganz gut aus, aber was mir nicht gefällt, also keine Sorge, falls es so schnell geht, wir schauen uns alles nochmal in der Analyse an. Was mir nicht gefällt, ist schlägt, 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 Bauer schlägt D4 und dann Turm C7. Dann ist irgendwie hier mein Springer gefesselt, das sieht sehr gefährlich aus, von daher spiele ich das nicht. Ich spiele Turm D8, hat er irgendwas bis, nein, sieht völlig okay aus, Turm D8. Simple Chess. Und jetzt aber als nächstes drohe ich wahrscheinlich mehr oder weniger hier zu nehmen und dann diese gerade schon beschriebene Idee zu spielen. Er könnte natürlich auch mit dem Bauern zurücknehmen, aber okay, da habe ich auch keine Angst davor, falls er das macht, dann spiele ich Springer F6, Springer E4. Aber okay, das ist jetzt alles noch ein bisschen weitergerutschauen wir erstmal, was mein Gegner hier spielt. Gucken wir mal, falls du 2008 geboren bist, übrigens, das ist schon eine sehr gute Zahl, 2127 hier zu haben. Also, ja, das ist auf jeden Fall stark. Ich schlage hier mit dem Läufer zurück, okay. Alles klar, war wahrscheinlich ein guter Zug hier zu nehmen, jetzt habe ich nicht mehr diese Option, dass ich da nehme und so weiter. Er könnte auf D7 nehmen, dann nehme ich den Turm zurück und dann auf C5, aber okay, dann hängt A2, muss man genauer anschauen. Aber vielleicht, ah ne, dann habe ich, Quatsch, wenn er hier nimmt und auf C5 nimmt, habe ich Trickläufer C4, greift da immer den Turm an. Das heißt, dass wir hier keine so gute Option haben, aber dann, wenn das nicht so schlimm ist, sollte die Schirm völlig okay sein. Ich habe hier immer noch die Idee, hier zu nehmen, dann hier zu nehmen. Vielleicht auch der A2, wobei, den will ich eher nicht nehmen, dann kommt B3, sieht sehr gefährlich aus. Ja, auf jeden Fall, wahrscheinlich stehe ich hier, also wahrscheinlich ist die Stellung jetzt ausgerechnet und vielleicht sogar schon ein Ticken besser für mich, weil ich denke, dieser Läufer B5 war kein so guter Zug, will schauen uns dann gleich eine Analyse an, ob ich hier Quatsch erzähle oder ob es stimmt. Aber ich denke, ich stehe hier minimal, minimal wirklich besser, weil ich jetzt auch immer noch das drohe mit dem Schlagen, dann auf D4 nehme. Dann habe ich diese angenehme Isolani-Struktur nach Springer F6. Okay, er entscheidet sich dafür, hier nehme ich mit dem Turm zurück und spielt hier Springer E5, das kann er machen, ja. Dann gehe ich einfach zurück, würde ich sagen. Und wenn er jetzt hier nimmt, dann habe ich immer noch Läufer C4, glaube ich. Ah, dann hat er vielleicht Springer C6. Okay. Dann, aber, was mir hier auffällt, nach Schlagen habe ich vielleicht so einen Zug wie Dame G5 mit einem Doppelangriff. Ich greife seinen Springer an und drohe gleichzeitig auch matt. Das könnte hier eine sehr starke Option sein. Schauen wir mal, was er macht. Alles nächstes werde ich wahrscheinlich hier nehmen und Dame G5 mit meiner Stellung. Okay, er spielt Dame A4, seine Idee vermutlich Springer C6. Okay, macht Sinn. Jetzt habe ich einmal die Option, hier Dame G5 zu spielen. Dann ist schon die Frage, wie verteidigt er hier das matt? Dame schreckt G2. Auf F3 hängt der, er könnte G3 spielen. Aber okay, dann habe ich vielleicht was erreicht, weil dann hat er sich da ein bisschen geschwächt. Ich könnte aber dann Dame G5 spielen. Ich denke, das mache ich mal. Ich nehme mir zu, wenn er mit der Dame schlägt, das sollte nicht funktionieren, dann kann ich auf G2 schlagen. Das heißt, er muss mit dem Bauern zurück schlagen. Und jetzt Dame G5 sieht okay aus. Auf Turm C8. Okay, die Frage ist, Dame G5, dann spielt er G3. Wie kriege ich jetzt hier meinen Angriff weiter? Dame F5 wäre dann Zug, um Dame H3 zu spielen. Oder Turm C8? Also Turm C8 ist auf jeden Fall hier eine sehr gute Option. Und ganz ehrlich, ich glaube, das spiele ich auch. Weil meine Idee ist jetzt, also ich habe hier quasi wieder einen fiesen Trick am Lauf. Meine Idee ist jetzt, dass ich jetzt Dame G5 spielen will mit einem Doppelangriff. Wenn er jetzt hier irgendwie H3 da so spielt, nicht aufpasst, dann würde Dame G5 kommen, es droht matt und der Turm hängt. Das heißt, er muss hier reagieren. Und wenn er hier schlägt, das würde mir zugute kommen, dann habe ich die offene Linie. Und dieses Dame G5 rennt mir ja nicht weg. Das kann ich ja auch noch im nächsten Zug oder wann auch immer spielen. Das wird immer in der Stellung bleiben. Er sieht die Drohung stark auf jeden Fall. Also er hat gesehen, dass ich das gedroht habe und es hier verhindert. Gut gespielt. Ja, Dame G5 ist immer noch eine Option. Dann kommt der, also Turm C3, sehr guter Zug auf jeden Fall. Ich könnte auch nehmen und den spielen. A5 ist eine Option. Nervig, dass der immer hängt, zugegebenermaßen. Turm C7 ist auch eine Option. Vielleicht spiele ich das sogar. Turm C7, weil seine Idee ist jetzt auch Turm C1. Und dann könnte ich hier mit Turm C8 antworten. Ja, ich glaube, das spiele ich einfach mal. Turm C7, dann würde sich zwar prinzipiell vielleicht viel tauschen, aber... Das ist gar nicht so schlimm. Wenn er jetzt zurücknimmt, dann kann ich einfach nehmen. Turm C1, ich könnte auch überlegen, dann Dame G5, aber dann kommt G3. Ja, wobei, G3, dann kann ich ja hier nehmen. Wie verteidigt er das dann überhaupt? Gar nicht so einfach zu sehen. Wahrscheinlich müsste er ein F3 spielen, aber okay. Das ist dann auf jeden Fall eine gute Option. Muss ich mir gut in der Wägung ziehen. Ja, was ist denn hier mit Dame G5, wenn er F3 spielen muss? Ja, das sieht eigentlich... Weil dann schwächt er auch seinen König sehr stark. Ich spiele mal hier Dame G5, Drohmat. Ich denke, er muss F3 spielen. Ich sehe keinen anderen Zug, ja. Also auf G3 kann ich einfach hier klopfen. Ich denke, er muss F3 hier spielen. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Ich könnte dann auch hier nehmen und die zwei Türme gegen Dame spielen. Könnte ich machen, aber ich habe eine andere Idee noch. Meine Idee ist dann hier zu nehmen. Er muss mit dem Turm zurücknehmen und damit D2. Dann drohe ich hier ganz viele Sachen. Ich drohe Matt. Und ja, es sieht nicht so einfach aus für ihn zu verteidigen. Ich denke, F3 wird kommen müssen. Ich bin sehr gespannt. F3. Dann müsste... Dann werde ich hier nehmen. Ja, es sieht sehr gut aus eigentlich. Gefällt mir ganz gut hier, die Stellung. Ja, schauen wir mal. Also G3 funktioniert nicht. Wegen Dame schlägt C1, Turm schlägt, Turm schlägt und Matt. Weil mein Läufer auch noch diese Direktion voll hat. Das heißt, er spielt den genau. Jetzt schlage ich, wie schon erwähnt. Und habe gerade jetzt auf die Zeit meines Gegners... Also mit der Zeit meines Gegners schon gerechnet, was ich machen will. Und hier hatte ich ja schon gesagt, will ich den Zug da mit D2 spielen. Hatte ich alles jetzt schon gerechnet. Also auf die Zeit des Gegners rechnen ist immer sehr gut, würde ich sagen. Kann man immer sehr gut machen. Drohe wieder Matt. Drohe auch den B2 nebenbei noch zu gewinnen. Hier sieht es schon sehr, sehr gefährlich aus für meinen Gegner. Also er hat jetzt quasi zwei Drohungen abzuwehren, Matt und hier zu nehmen. Und ich sehe tatsächlich gar keinen Zug, mit dem er beides abwehren kann. Springer D3, aber... Springer D3. Verliert vielleicht nicht sofort einen Bauern, aber... Sieht sehr, sehr wackelig aus. Also ja, er spielt ihn, aber ich glaube nicht, dass dieser Zug ihn so glücklich machen wird. Aber natürlich die Frage, wie nutze ich das Ganze jetzt noch aus? Also was kann ich hier machen? Dame E3 wäre eine Option. Gebe ich Schach. Und der König verschlechtert sich nochmal etwas. Was habe ich noch für Optionen? Kann ich das hier nicht? Also, gefühlt sollte ich hier eigentlich irgendeine sehr gute Taktik haben. E5 ist auch eine Option tatsächlich. Der Springer schlägt das Matt. Wenn der Bauer schlägt, da habe ich vielleicht irgendeinen Läuferabzug, wie hier zu nehmen. Okay, ich spiele einfach hier mit E3. Fragst deinen König, wo er hin will. König H1 kann er machen. Dann steht da aber quasi noch mehr auf Matt als davor. Und auch dieses E5 ist sehr interessant in der Stellung. Das könnte irgendwann auch mal wichtig werden, eventuell. Okay, vermutlich sollte er tatsächlich... Okay, er geht nach H1. Hier E5 in der Stellung. Sehr interessant alles. E5. Dann irgendwie Läufer C6. Meine Intuition sagt hier, dass es irgendeinen sehr, sehr guten Zug geben sollte. Irgendeinen Trick. Ich sehe ihn aber nicht genau. Wie mache ich das hier? E5. Läufer E6 oder so. Dann Läufer schlägt A2. Aus irgendeinem Grund hält das alles noch einigermaßen. Deshalb spiele ich, glaube ich, einfach mal Läufer A8. Hier wieder gehen nicht allzu viele Komplikationen ein. Oder Läufer B7. Wo steht er hier besser, ist die Frage. Fällt sogar auf B7. Wenn er dann auf A7 nimmt, kann ich Turm hier schlagen. Er schlägt hier. Ich schlag hier. Was ist dann da los? Drohe ich auf jeden Fall Matt. Sehr interessant, sehr interessant alles. Ich könnte auch A5 einfach spielen, wenn ich will. Auch ein paar Optionen hier. Vielleicht spiele ich hier tatsächlich einfach mal A5. Ja, warum nicht? Dann ist der Bauer da wenigstens mal gedeckt. Muss ich mir um den Kollegen schon mal keine Sorgen mehr machen. Spielen wir mal A5. Wahrscheinlich würde er jetzt H3 spielen. Also würde ich wahrscheinlich machen, um endlich meinen König dann Sicherheit zu bekommen. Und dann will ich Läufer B7 spielen. Also ich hätte ihn auch gleich spielen können. Aber dann, damit schlägt A7 und Turm D4. Ich habe gerade etwas gerechnet. Schauen wir uns dann auch in der Analyse nochmal an. Aber mir wurde es jetzt gerade ein bisschen zu kompliziert hier, das Ganze. Deshalb habe ich es jetzt verworfen. Ich denke, das hier ist um einiges simpler. Jetzt gebe ich den Bauern einfach nicht her und greife den immer noch an. Also die Drohung ist immer noch aufgestellt. Ja, das kann er machen. Ich könnte hier einmal auf D4 nehmen, wenn ich will. Dann verteidige ich auch gleich noch den Bauern. Oder ich schlage so. Er schlägt hier. Okay, das ist nicht so gut. Dann schlage ich mal so. Verteidige jetzt den Bauern. Das heißt, hier habe ich erstmal einen Mehrbauern. Aber er hat Kompensation. Also definitiv. Er hat es jetzt hier geschafft, etwas Kompensation zu bekommen. Springer E5 hier zum Beispiel. Ah, er spielt den. Okay. Davor habe ich jetzt keine so große Angst, denke ich. Läufer D5 wäre ein guter Zug wahrscheinlich. Dann spiele ich mal. Ja, ich glaube Turm B3 geht hier in die falsche Richtung. Weil jetzt auf Nehmen kann ich den Turm nehmen. Turm C3 kann ich auf A2 nehmen. Okay, vielleicht sollten wir hier für die nächste Partie dann, dass ich mit 5 Sekunden ein Increment spiele. Weil jetzt spielen wir hier 10 plus 0. Das ist jetzt ein bisschen blöd auch mit der Zeit. Das ist vielleicht, ja. Das mache ich dann bei der nächsten Partie. Das ist besser jetzt für solche seriöseren Partien. Okay, jetzt kann ich aber auch noch hier nehmen, denke ich. Habe dann einen zweiten Bauern gewonnen. Spricht was dagegen. Ich sehe eigentlich nichts. Das mache ich einfach mal. Habe ich noch einen zweiten Bauern gewonnen. Springer E5 würde ich, glaube ich, nach wie vor spielen, wenn ich eher wäre. Oder habe ich Läufer D5 in der Stellung. Also, die Stellung ist jetzt sicherlich auch gewonnen. Aber ist jetzt zugegebenermaßen mit der Zeit etwas blöd hier alles. Genau, ich gehe zurück. Ich greife den Springer gleich an. Okay, hier kann ich den nehmen. Und das ist eine technische, relativ einfach gewonnene Stellung. Ich habe zwei Bauern mehr in einem Turm im Spiel. Also, das ist ein technischer Sieg. Okay, danke für die Partie. Definitiv sehr interessant. Und ich schaue es mir jetzt gleich in der Analyse nochmal an. Also, wir sehen uns. Okay, also hier bin ich in der Analyse der Partie. Wir schauen mal durch. Was ich schon mal sagen kann, sehr gut gespielt vom Gegner. 84,2% genau. 0,3% aber 84,2% ist sehr gut. Definitiv eine sehr solide, starke Partie hoch vom Gegner. Ich schaue mal durch. Also, soweit alles Theorie. Ich glaube, da gibt es nichts groß zu sagen. Sind alles Standardzüge. Ich war ja auch noch im Buch. Mein Gegner bestimmt auch. Alles Standardzüge. Auch B6, Läufer B7 ist noch Theorie. Läufer E2 auch Theorie. Okay, hier war ich jetzt dann draußen. Aber hier ist wichtig, mit dem Bauern zu nehmen ist nicht so gut. Das hatte ich schon kurz erwähnt. Warum? Ist nicht so einfach tatsächlich zu erklären. Aber die Begründung liegt daran, dass der Bauer auf B6 und der Läufer auf B7 hier falsch stehen. Vielleicht erinnern wir uns an Stellungen. Ich kann die mal ganz kurz aufstellen. Diese ganz charakteristischen Stellungen, wo sowas dabei rauskommt. Und sowas ganz ähnliches haben wir jetzt hier. Und hier, falls Leute D4 oder Schwarzspieler das spielen. Wir wissen, dass man hier immer mit C6, D5 diese Struktur aufbauen sollte. Und B6 da eher eine Schwäche ist. Und genau dasselbe ist jetzt hier eben auch in der Partie der Fall. Wenn ich hier mit dem Bauern zurück schicke, dann habe ich eine etwas schlechtere Version. Das ist ganz klar besser auch laut Engine. Springer schreckt D5. Okay, er nimmt auf E7. Dame schlägt. Das ist alles normal. Also das würde ich, hätte ich auch gemacht. Hochhade. Engine sagt Ungenauigkeit. Das ist wieder ganz klar irgendein komischer Engine-Schwachsinn. Also es ist ein guter Zug. Engine geht jetzt auch wieder um. Sagt, das ist völlig okay. Springer D7. Und, okay, Turm C1 ist auch okay. Ich hätte mir jetzt hier schon langsam überlegt, auf D5 zu schlagen. Und, okay, ich hätte mit dem Läufer zurückgenommen. Und dann Turm C1. Aber macht vielleicht auch keinen großen Unterschied. Zuerst Turm C1. C5 passt. Läufer B5. Ja, und jetzt habe ich ja diese Option gehabt. Das hatte ich auch gerechnet mit Springer schlägt C3. Und das hättest du mir nicht gegeben, wenn du zuerst genommen hättest hier. Auf D5. Okay, aber du hast mir jetzt diese Option gegeben. Und ich hätte das hier spielen können, auch laut Engine. Und dann hier nehmen. Wenn du zuerst schlägst, schlägst du schlecht. Aber okay, ich hatte recht. Also Turm C7 ist hier sehr gefährlich. Den hatte ich ja noch gesehen. Aber die Engine sagt hier irgendwas anderes. Ah, hier Turm AD8. Und hier hat man tatsächlich eine bessere... Okay, das macht Sinn. Man hat hier quasi eine bessere Version, wie wenn der Läufer auf D5 steht in der gleichen Stellung. Also wir hatten es ja jetzt in der Partie, wo ich zuerst Turm D8 gespielt habe. Das ist auch ein guter Zug. Also wahrscheinlich gibt es da jetzt keinen großen Unterschied. Aber hier ist vielleicht eine leicht schlechtere Version als in der Partie, weil der Läufer den Turm etwas blockiert. Also in der Analyse, was ich gerade gezeigt habe, weil es etwas blockiert. Ah ja, hier dieser Läufer B5 Zug. Genau, den hatte ich jetzt kurz übersprungen. Da hatte ich ja gesagt, der gefällt mir nicht so. Auch laut Dension, kein so guter Zug. Ist ganz klein hier. Mini-Ungenauigkeit, aber Dame C2 ist ja besser. Oder Springer schickt D5. Aber ich habe ja gesagt, ich würde Dame C2 spielen, dann Turm FD1 und dann zum Beispiel Dame B1. Da hat man eine ganz harmonische Stellung ausweise. Man kann die dann weiterspielen. Okay, Springer D7. Turm C1, C5, Läufer B5. Turm D8 schlägt, Läufer schlägt. Soweit normal. Läufer schlägt D7. Ist wahrscheinlich nicht so gut. Was hier besser gewesen wäre, ist sowas wie Dame E2 laut Engine. Jetzt frage ich mich aber, warum könnte ich dann nicht hier nehmen und dann hier nehmen. Aha. Also wenn man hier schlägt, das meine ich auch in der Partie, dann hat man diese Isolani-Struktur. Der ist sehr schwach. Dame B4 und alles liegt in der Luft. Der Springer blockiert sehr schön das Feld von dem Isolani. Und auf Turm C7. Also Turm C7 ist ja der Zug laut Engine, warum es okay ist. Und ich verstehe jetzt auch die Idee, ah okay. Weil wenn ich hier nehme, dann kann Weiß hier nehmen. Wenn ich zurück nehme, dann hängt nämlich dieser Turm. Das habe ich nicht gesehen in der Partie. In der Vorausberechnung. Aber es kam ja sowieso anders. Also das ist quasi dann die Erklärung, warum Dame E2 hier gut ist. Und dann kommt Turm D1. Also das macht dann am meisten Sinn. Okay. Aber das hier genommen. Und Springer E5 gespielt. Ja, Springer E5 jetzt hier in Ungenauigkeit zu geben, ist auch fraglich. Also das ist wahrscheinlich einer der besten Züge. Okay. Turm D8. Auch Ungenauigkeit. Witzigerweise ist auch einer der besten Züge. Und hier Dame A4. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Weil die Dame steht hier auf der falschen Seite. Und die Frage ist, warum steht sie auf der falschen Seite? Weil du mir jetzt die Option gibst hier Dame G5 zu spielen. Und der G2, den kannst du dann einfach nicht so einfach verteidigen. Wir schauen uns mal diese Stellung an und sagen, wie du spielst hier den Zug B3. Um diese Drohung aus dem Spiel zu nehmen. Wenn ich jetzt Dame G5 spiele, dann hast du die zusätzliche Option, hier Dame G4 zu spielen. Und dann hast du die Drohung verteidigt. Und auf Schlagen, Schlagen. Du hast jetzt hier zwar die Solani Struktur. Aber ist quasi das geringere Übel. Und Dame A4 hat eben das Problem, dass jetzt Dame G5 schlimmer ist für dich. Ich habe zuerst genommen und Tum C8 gespielt. Ich hätte auch Dame G5 spielen können. Auch okay. Dann G3. Und Dame F5 jetzt gegeben. Aber okay. Ich habe mich hier für Tum C8 entschieden. Der Zug ist auch okay. Tum C3 und jetzt Tum C7. Die Engine sagt, interessant, Dame B7. Sie will ja also diese Diagonale aufbauen. Jetzt wieder, wenn die Dame auf D1 steht, hättest du Dame G4 spielen können. Hier müsstest du jetzt F3 spielen und das ist eine Schwächung. Das will ich eigentlich provozieren. Das habe ich dann auch in der Partie versucht zu provozieren. Indem ich hier, ich habe hier quasi gehofft. Also ich bin ja, ich bin ja sehr gemein im Schach. Ich habe gehofft, dass du Tum FC1 spielst. Das war quasi mein Bluff mit Tum C7. Ich wollte, dass du das spielst. Damit ich dann Dame G5 habe. Und du jetzt nicht mehr Turm G3 spielen kannst, weil jetzt der Turm hängt. Das war quasi meine Hoffnung. Und du wirst, kann man sagen, mehr oder weniger darauf reingefallen. Also das ist jetzt auch kein Blunder oder so. Aber hier sieht man auch schon laut Engine. Die Engine geht immer ein bisschen weiter in Richtung schwarzer Vorteil. Die Schenke wird immer unangenehmer zu spielen. Es gibt jetzt hier ganz viele Löcher. F3 ist schwach hier. Alles ist jetzt schwach. Spinger D3 ist bester Zug. Tatsächlich, okay, das wundere ich. E5 ist hier echt der beste Zug. Den hätte ich ja angedacht. Und dann auf Bauer schlägt E5 Läufer E6. Auch das habe ich überlegt. Aber ich dachte, mein Gegner kann ja Dame E4 spielen. Und die Engine sagt nach Läufer schlägt A2, stehe ich hier besser. Okay, da habe ich nicht ganz genau gerechnet. Aber jetzt macht es Sinn, weil Läufer B1 droht und so. Ich habe mich für den etwas natürlicheren Zug und auch guten Zug entschieden. Dame E3 und dann gefolgt von A5. Ja, A5 passt. Mist sagt der Engine nur, weil E5 irgendwie 0,05 oder so besser gewesen wäre. Okay, Läufer B7. Genau, das hat auch gepasst. Dame B5. Ja, und hier ist jetzt schon der Punkt. Zu viele Schwächen. Ich glaube, der D4 kannst du gar nicht mehr verteidigen. Turm C4 kommt Läufer A6. Und hier habe ich es jetzt dann eben geschafft. Also wie habe ich die Partie gewonnen? Ich habe die Partie gewonnen, indem ich möglichst viele Schwächen provoziert habe. Wir sehen, diese Felder, diese schwarzen Felder sind alle schwach. Der D4 ist schwach. Und ich habe mir selber keine Schwächen gemacht. Und deshalb, dann musste ich da eine quasi nur noch ausnutzen. Und hier, ja, die Stellung ist klar gewonnen. Ja, also hier jetzt zum Beispiel nach G5. Okay, du hast ja auf Zeit verloren. Musst ja nur mit 5 Sekunden Ingrammen spielen. Aber die Stellung wäre dann hier auch gewonnen gewesen. Noch technische Sache. Trotzdem nochmal danke für die Partie. Ich hoffe, du hast hier was gelernt auch dann mit der Analyse. Und ihr könnt mich gerne weiter anfragen auf chess.com, wenn neue Leute zuschauen. Also ich spiele gegen euch Zuschauer weiterhin. Fragt mich einfach an. Schickt mir da unter schachmatv-tobi anfragen. Dann machen wir einen Termin aus. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis.